Die Krefeld-Pinguine schlagen auf dem Transfermarkt gleich doppelt zu. Auch die Düsseldorfer Erdgeschoss bessert personell nach, und verpflichtet einen Kanadier. Die Krefeld-Pinguine aus der deutschen Eishockey-Liga, Dill, haben auf ihre Verletzungsmisere reagiert, und drei Spieler aus der zweitklassigen DEL 2 verpflichtet. Verteidiger Alex Trivelato, italienischer Nationalspieler vom EG Bad Nauheim, sowie die Stürmer Matt Make von den Heilbronner Falken und Team Mela von den Dresdner Eislöwen laufen künftig für den Tabellenzwölften auf. Alle drei sind mit einem deutschen Pass ausgestattet, und kamen bereits in der Dill zum Einsatz. Ohne die Nachverpflichtungen wären wir auf dem Zahnfleisch gegangen, sagte Koutrina Marian Barzani. Die Krefelder dagegen endgültig verlassen wird Mittelstürmer Nikolas Linsenmeier. Der 24-Jährige, der im bisherigen Saisonverlauf an den EHC Freiburg in die DEL 2 ausgeliehen war, hat um Vertragsauflösung gebeten.